Hallo und herzlich willkommen zur Nigelnagelnäusen-Ausgabe hier beim TeleStammtisch. Das ist also Folge 22 und Folge 22 kommt anscheinend nicht am Ende des Monats, so wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Denn, naja, ich habe gerade zwei Monate Elternzeit und da gehen familiäre Belange einfach vor. Ihr versteht das sicherlich. Außerdem gab es eine ganze Menge Sachen zu organisieren, denn ich war vor kurzem beim Comicpark in Erfurt und habe da natürlich wieder jede Menge Interviews geführt, auf die ihr euch auch demnächst freuen könnt. Ganz bald gibt es eben das Interview-Special dazu. Da sind wieder jede Menge tolle Sachen bei rausgekommen. Außerdem hatte ich dort die Gelegenheit, eine Podiumsdiskussion zu führen mit vier herausragenden Vertretern der deutschen Comicszene. Und diese Podiumsdiskussion, die habe ich da aufgezeichnet und die werden wir uns eben heute hier als Ausgabe 22 anhören können. Titel der Folge ist Der deutsche Comic, denn genau das war auch das Thema, über das wir dort geplaudert haben. Da meine Gäste allesamt wissen, wovon sie reden, war das aus meiner Sicht wirklich ein ganz tolles Gespräch und ihr seid herzlich eingeladen, es euch eben jetzt anzuhören. Ich freue mich auch drauf, dass ihr mir Feedback hinterlasst. Ihr wisst ja, auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube Upload oder eben auf meinem Blog gibt es viele Möglichkeiten, mir Kommentare, Feedback und so weiter zu hinterlassen. Da freue ich mich mega und weiß eben auch, ob es euch gefällt oder eben nicht und ob das für euch jetzt ein totaler Weltuntergang ist, dass die Ausgaben jetzt vorerst immer am Anfang des Monats kommen werden und eben nicht am Ende. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mich bewertet. Das heißt also, ihr habt bei Podcast.de und eben bei iTunes die Möglichkeit, Sterne zu hinterlassen. Und auch das würde dem Projekt hier, dem Tele-Stammtisch, sehr helfen. Ihr könnt euch noch auf viele weitere tolle Sachen freuen. Ich habe ganz viele Interview-Termine auch ausgemacht, die jetzt demnächst anstehen. Online-Termine mit wirklich, also wirklich, ich kann noch nicht zu viel teasern, solange es nicht draußen ist, ihr wisst das. Aber da kommt noch einiges auf euch zu, auch wenn sich die Gespräche, die ich beim Comicpark führen konnte, wenn die irgendwie dann Früchte tragen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass auch im nächsten Jahr noch ordentlich geiler Comic-Content auf euch zukommt. Und da seid schon mal gespannt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Podiumsdiskussion zum Thema der deutsche Comic. Vielen Dank. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zum Comic-Talk beim Comicpark in Erfurt. Es ist mir eine Freude, dass wir heute in dieser gemütlichen Runde zusammen sein können. Ich habe hier ganz viele, also ganz viele, ich habe vier Gäste am Start, die allesamt etablierte Comicschaffende sind, zumindest Teil der Comicszene sind. Und auf jeden Fall über eine ausgiebige Comic-Expertise verfügen. Und wir wollen uns heute so ein bisschen über deutsche Comics unterhalten. Und wir schauen einfach mal, in welche Richtung das geht. Wir sind da relativ offen, haben ungefähr eine Stunde Programm gedacht. Und im besten Fall könnt ihr da draußen das jetzt nachträglich auch noch hören. Ich fange mal ganz zu meiner Linken an. Da sitzt ein Herr, den ich gestern kennengelernt habe. Der hat sich mir am Verlagsstand des Schwarzen Turms vorgestellt. Ich begrüße einen der beiden Mitveranstalter des Comic-Festivals Münchens. Hallo, Heiner Lünstedt. Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, dich hier in der Runde begrüßen zu dürfen als jemand, der, glaube ich, auch da sehr gut vernetzt ist und viele Leute eben auch kennt. Vielen Dank. Nummer zwei in der Runde ist ein Internet-Kollege von mir, dem ich einfach ein gutes, kumpelmäßiges Internetverhältnis pflege, wie man das so unter Internet-Dudes macht. Ich begrüße Mühli, den einen der besten und größten Comic-Blogger, den wir in Deutschland haben. Hi. Danke, dass ich hier sein darf. Bester, größter, bin ich noch auf dem Weg. Einer der. Auf jeden Fall einer der unserer heilsamsten. Ja gut, das könntest du recht haben. Zu meiner Rechten sitzt ein junger Herr, mit dem ich auch schon etwas länger Kontakt habe, der bei uns beim Tele-Stammtisch auch schon zu Gast gewesen ist und der, ja, nebenbei kann man natürlich nicht mal mehr sagen, weil es ist im Endeffekt sein Hauptjob, einen Verlag betreibt und nicht irgendeinen Verlag. Nein, Plan Plan Productions ist ein Verlag, der im Laufe der letzten Jahre, hat jetzt vor kurzem zehnjähriges Jubiläum gefeiert, extrem an Größe gewonnen hat, gerade mit aktuellsten Veröffentlichungen eine riesengroße Reichweite hat, sehr viele neue Fans gewonnen hat und für viel Aufruhe gesorgt hat, aber im positiven Sinne. Ich begrüße herzlich Chris Gläuber. Oh, belehre. Gut Tag. Ja, und Nummer vier in der Runde ist ein Herr, mit dem ich jetzt auch schon seit einer geraumen Zeit einen gewissen Kontakt pflege. Der Herr ist mal sowas wie eine Ikone der deutschen Comic-Landschaft. Er ist unter anderem mitverantwortlich für die Veröffentlichung von Captain Berlin, die beim Weißblech Comics Verlag erscheinen und ist auf jeden Fall immer für eine Diskussion zu haben. Hallo, ich begrüße dich, Rainer S. Engel. Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Ja, eine wahre Freude. Hast du es endlich geschafft? Ja, endlich habe ich dich auch mal für den Telestatisch begeistern können. Ist ja nicht immer so einfach. Warum eigentlich? Warum kriegt man dich so schwer? Zufall. Und in Frankfurt hatte ich keine Stimme mehr. Ja, die Convention in Frankfurt, die ist sicherlich sehr laut. Auch ein Thema, über das wir heute unter Umständen zu sprechen kommen werden, nämlich insbesondere die Frage, wie es mit Live-Veranstaltungen aussieht. Es soll ja heute um das große Oberthema Comic, deutschen Comic gehen. Was ist deutscher Comic? Was kann deutscher Comic sein? Wo steht deutscher Comic? Gibt es sowas wie einen deutschen Comic überhaupt? Oder ist es eigentlich ein total internationales Medium, wo man sich nicht auf nationale Grenzen beschränken muss? Und da würde ich gerne die erste Frage direkt mal an dich richten, Chris, der du als Deutscher einen deutschen Comic Verlag hast. Weil heute, ich bin aus Bayern. Ja, sehr gutes Argument, denn mit einer deiner aktuellen Reihen, nämlich dem Trachtman, hast du ja vielleicht so einen, der vorzeigedeutschen Charaktere, wenn nicht sogar den aktuell etabliert, mal so ins blaue Geschossen. Glaubst du, es gibt sowas wie einen deutschen Comic? Den definierten deutschen Comic? Ja, also ich würde mal sagen, der deutsche Comic ist sehr vielschichtig. Ich muss jetzt hier von Shrek klauen hier, der deutsche Comic ist eine Zwiebel. Es ist sehr vielschichtig. Es gibt so viele Sparten im deutschen Comic. Also ja, es gibt einen deutschen Comic, aber halt nicht so definiert, wie man jetzt sagt, der amerikanische Comic ist jetzt überwiegend Superhelden oder der japanische Comic ist jetzt überwiegend Manga. Ich würde sagen, der deutsche Comic existiert, aber er ist halt in verschiedenen Formen zu finden. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, war es ein Blogbeitrag oder war es ein Artikel im Alfons, ich weiß nicht mehr genau. Da ging es um die Frage, ob sich rein aus dem Artwork gesprochen, aus dem, wie man quasi so ein bisschen, wenn man sich mal auf die Optik begrenzen möchte, nicht durchaus sowas wie einen deutschen Stil gibt, der eine Mischform darstellen könnte aus Manga und klassischen Superhelden. Beispielhaft wurde dann genannt, was aktuell die Olivia Fiebeck macht mit Endzeit und auch ihren anderen Werken, die durchaus Manga-eske Einflüsse hat, aber eben da einen ganz eigenen Stil prägt und da definitiv, wenn man die Unterteilung zwischen Manga und Comic überhaupt wagen möchte, ein Comic macht. Ist das ein Ansatz, den ihr euch vorstellen könnt, vielleicht auch an dich mal gefragt, den du ja viel auch liest, Herr Thomas, dass das eine Interpretation von deutscher Comic sein könnte? Würde ich jetzt nicht mal so darauf beschränken, kommt halt auch immer drauf an, was derjenige Zeichner als Inspiration hat oder was ihn in der Jugend geprägt hat, weil das ist ja dann auch das, was man umsetzt und bei der Olivia Fiebeck war es natürlich im Anfang viele Manga und Anime. Ich denke mal so, also wie Chris sagt, diesen richtig definierten deutschen Comic, also würde ich sagen, gibt es nicht wirklich, weil es sind einfach zu viele Einflüsse, die drauf kommen und ich denke mal, der deutsche Comic ist eigentlich wirklich eine Mischform aus allem. Also ich habe die Olivia Fiebeck als Zeichnerin und Autorin so nach und nach kennengelernt und sehr schätzen gelernt und sie hat jetzt ja beim Schwarzen Turm, hat sie ein Band rausgebracht, ich glaube, den hat sie einfach Alter Scheiß genannt, das ist ihr Kram von früher. Das sind Manga-Geschichten und die habe ich versucht zu lesen, da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen und die hat sich irgendwie dann freigeschwommen vom Manga-Thema und wenn es, was mir so auffällt, deutscher Comic, da würde ich schon eher sagen, hauptsächlich doch Geschichten, die in Deutschland angesiedelt sind. Da fällt mir als einziger eigentlich der Reinhard Kleist ein, der auch wirklich Themen nimmt, die auch einen internationalen Touch haben, also wie Johnny Cash und so weiter. Wir hatten es gestern bei den beiden Lesungen, die hier gewesen sind, entweder war es der Flix oder es war der Jochen oder es war der Hamid, ich weiß nicht genau, wer von den dreien das sagte, aber da ging es auch um die Frage, nee der Flix war es, um die Wahrnehmung, was international deutscher Comic bedeutet. Und der Flix hatte dann gemeint, dass das im klassischen Sinne eben genau die von dir jetzt auch angesprochenen Graphic Novels häufig sind, weil diese in der Form internationaler eben wahrgenommen werden und man jetzt in seinem Fall eben den Künstler nicht unbedingt an so franco-belgische Sachen ranlässt, einfach weil man es nicht kennt. Dass also Graphic Novel ein Schlagwort ist, dass man zumindest mit deutschen Künstlern in Verbindung bringt. Wenn ich die Frage nochmal an Rainer nochmal weiterreichen darf, denkst du auch, dass das ein Ansatz sein könnte oder ist es wirklich eher der territoriale Ansatz? Also ich finde, dass es in keinster Weise einen territorialen Ansatz gibt bei der ganzen Geschichte. Deutscher Comic ist im Ausland, würde ich mal sagen, schlichtweg unbekannt. Also wenn ich in Amerika bin und auch mit Comiczeichnern mal zu tun habe, fragen die mich immer, was deutsche Comics, wir kennen da nichts, was gibt es denn da? Und wenn ich denen dann sage, gut, das ist jetzt wieder ein paar Jahre her, der erfolgreichste Comic in Deutschland ist neben Mickey Mouse die Simpsons, dann gucken die mich an wie ein Auto. Ja, oder Asterix. Asterix kennen die gar nicht. Also der ist zwar international unterwegs, aber ich sage mal, der durchschnittliche amerikanische Comiczeichner kann mit Asterix auch nichts anfangen. Also ich würde mal sagen, der deutsche Comic findet im Ausland als deutscher Comic nicht wirklich statt. Nur woran liegt es? Es liegt auf keinen Fall an fehlenden Nachwuchs, denn du selbst kennst die Szene jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Hast einen guten Einblick und bist entsprechend vernetzt. Die ist auch sehr vielschichtig und abwechslungsreich. Nein, du brauchst ja nur mal gucken. Ich meine, die amerikanische Comic-Macherei geht ja schon bei den Zwanzigern los mit dem Yellow Kid, fängt es ja schon an. Und das zieht sich halt bis heute. Der deutsche Comic, wann hat denn der angefangen? In den 70ern, 80ern? Davor wurden halt nur Sachen importiert. Also da wurde Asterix importiert, da wurde Superman, Mickey Mouse. Und frag mal einen normalen Sterblichen, der früher Casual Comics gelesen hat, was für ihn Comic ist, dann ist es Mickey Mouse, Lucky Luke und halt die ganzen importierten Sachen. Das ist halt, also es gibt halt wenig, das halt früher schon erfolgreich veröffentlicht wurde. Also wenn man mal davon ausgeht, dass 1938, 39 in Anführungsstrichen das erste Comic-Book in Amerika erschienen ist, wo Originalmaterial, also Originalgeschichten, also neue Geschichten gestaltet wurden und nicht nur alte Zeitungstript nachgedruckt wurden, ist natürlich die Entwicklung des Comics, hat dann Deutschland durchs Dritte Reich nicht stattgefunden. Davon kann man schon mal ausgehen. Insofern sind wir von Anfang an in Deutschland davor bewahrt geworden, quasi eine eigene Comic-Kultur zu entwickeln. Das, was sich dann entwickelt hat in den 50ern, immer mit dem Schielen auf Amerika und Zeitungstrips, siehe Hans-Rudi Wäscher, der ja nun gesagt hat, dass er ganz stark von Prinz Eisenherz und solchen Sachen beeinflusst war, super Helden hier auch nie wirklich Fuß gefasst haben, bis in die 60er oder nach den 60ern, beziehungsweise in den 70ern. Es gibt vor 1900, Mitte der 70er Jahre eigentlich keine echte deutsche Comic-Tradition. Es gab lediglich Zeitungstrips und es gab Werbecomics, Lurchi und solche Geschichten. Und eben, wie Chris schon richtig sagt, in erster Linie Lizenzmaterial. Und ein Grund, warum es Amerika keinen deutschen Comic gibt, weil hier bisher scheinbar noch nichts entstanden ist, wozu die Amerikaner Lust hatten, es zu lizenzieren. Ja, das ist meine Meinung. Das Magazin Zack hat ein klein bisschen was in Gang gebracht. Da gab es ja Turi und Volk von Kahlenbach und im Grunde genommen Matthias Schulteis halte ich da auch für sehr wichtig. Nächstes Jahr haben wir auf dem Comic-Festival eine Ausstellung, der hat eine Serie Trucker, die hat er für Zack noch konzipiert, ist da leider nicht mehr erschienen, aber der ist dann den Umweg über Frankreich gegangen und Carlsen musste dann die Lizenz aus Frankreich erwerben. Aber der ist natürlich lange der Einzige gewesen. Der ist bis heute eigentlich der Einzige. Man kann sagen, Anfang der 70er fingen die ersten Sachen in Deutschland an, die quasi entwickelt worden sind. Und davor ist es also eher Zeitungstrip, Cartoon, Gagstrip und solche Geschichten. Jetzt reden wir immer von der Vergangenheit und versuchen auch ein bisschen zu ergründen, wie es quasi zur aktuellen Situation gekommen ist. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass die geschichtliche Situation vielleicht gar nicht hergegeben hat, dass sich hier sowas für eine größere Comic-Kultur, wie wir sie in Ländern wie Frankreich oder Italien zum Beispiel haben, hier etablieren konnte und natürlich eben auch noch durch die Nazi-Zeit geprägt vielleicht sogar eben quasi unmöglich gemacht worden ist. Jetzt haben wir aber die aktuelle Ist-Situation. Die ist eben so, dass der Comic-Markt ist eine Nische. Da sind sich sicherlich viele einig. Comic-Markt ist häufig so eine Nische in der Nische, nämlich als Teil des Buchmarktes wird er häufig begriffen. Viele Künstler oder auch Verlage streben in den Buchverkauf. Nicht viele, nicht alle. Also in den Buchhandel. Wie ist denn, wenn jetzt mal die aktuelle Situation, vielleicht auch mal aus Sicht eines Kunden, wie nimmst du das wahr? Du hast ja zuletzt auch immer mal wieder deutsche Comics rezensiert. Wie kommst du an die ran? Welche Wahrnehmung hast du vom aktuellen deutschen Comic-Markt, deutschsprachigen Comics? Also ich sage mal so, um an deutsche, deutschsprachige, in Deutschland produzierte Comics ranzukommen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Nicht jeder Laden hat sie. Es sei denn, der Name ist schon groß genug, dass er einen etablierten Verlag hat im Rücken, wie zum Beispiel Karlsson und so weiter. Dann hat man das Glück, im nächsten Buchladen sowas zu finden. Ansonsten bleibt einem logischerweise nur das Internet oder der Verlag direkt. Das macht es natürlich unter Umständen schwieriger, auch für die Verlage eine entsprechende Reichweite zu entwickeln. Man lebt dann wirklich nur dadurch von diesem Hörensagen, hier, guck mal, das ist gut. Oder indem er, wie Chris jetzt, auf Conventions unterwegs ist und seine Produkte bewirbt oder durch auffällige Auftritte im Internet. Ansonsten ist es schwierig, wobei ich muss ja sagen, als kleiner ostdeutscher Junge, ich bin ja anfangs nur mit deutschen Comics groß geworden. Also Dicke Dax, Mosaik, Abrafax, es war ja wirklich rein deutsch produziert. Da gab es ja in, zu DDR-Zeiten gab es keine Lizenz-Comics, also da wurde nur deutsch produziert. Also für mich war das dann schon, als die Wende kam, so ein bisschen eine Überraschung, was es denn für eine Vielfalt überhaupt gibt. Klar, man kannte so ein bisschen von der Tante aus West-Berlin so ein paar Mickey-Maus-Hefte, lustige Gitarre. Das kannte man schon, aber als dann plötzlich diese Vielfalt da war, war man im ersten Moment auch geflasht. Aber ich sage mal so, je älter man wird, man guckt halt und fängt an zu selektieren und dann entdeckt man auch diesen deutschen Comic wieder. Gerade in der jetzigen Zeit, wo ich merke, der deutsche Comic kommt wieder stärker, also aus diesem Untergrund wieder heraus, wo er sich jahrelang bewegt hat, würde ich sagen, der deutsche Comic wird wieder massentauglicher. Das mit Mosaik, was du sagtest, war natürlich interessant. Die gibt es bis heute und mittlerweile ist die Auflage von Mosaik höher als die von der Mickey-Maus. Mickey-Maus erscheint nur noch seltener. Ich würde auch sagen, das liegt unter anderem auch an der Qualität. Aber das ist ein rein deutsches Prodruck. Ich glaube, das Problem bei der Mickey-Maus ist vergleichsweise zum Mosaik. Ich meine, Mosaik hat, ich sage jetzt mal, den Informationsgehalt in ihren Geschichten drin, den historischen. Während die Mickey-Maus, die alle zwei Wochen erscheint, im Prinzip ja immer noch versucht, dieses Art-Jugend-Magazin zu fahren. Wenn man nämlich sieht, dass die lustigen Taschenbücher und die besten Geschichten von Donald Duck, also die reinen Comicheft, die die machen, laufen besser als die Mickey-Maus selber. Insofern, es ist schon ein gewisses Interesse nach wie vor an den Geschichten da. Disney-Geschichten da, aber halt anders. Ja, ein Mosaik kommt ohne Gimmick aus, ne? Das ist ja auch das. Meistens ja, ja, genau. Kumpelweise die anderen Hefte da, die reinen Geschichtenhefte von Disney auch, oder lustiges Taschenbücher. Aber das ist ja sowas wie, wie hieß es noch hier mit dem Comic mit Gimmick? Üps. Ja, ja, im Grunde ist Mickey-Maus Üps heute, ne? Obwohl Üps war vielfältiger, würde ich sagen. Hatte mal mehr Auswahl an Comics, also. Üps hatte mehr Auswahl, ne? Ja, Üps hatte eine sehr schöne Auswahl. Genau dieses Thema der Gimmicks hatten wir vor kurzem in einem längeren Interview mit dem Horst Gotter vom Splitter Verlag, den wahrscheinlich auch die meisten hier kennen. Ich hatte in dem Sinne mal Gruß an die Kollegen von Comic Cookies, mit denen ich zusammen ein längeres Interview machen konnte. Und es ging tatsächlich um die Frage, wie man eben an neue Leute kommt, an neue Kunden gewinnt. Und da war der Kiosk-Absatz ein ganz entscheidender, ein wichtiger. Ihr hattet jetzt diese Gimmicks angesprochen, die dann häufig in Kombination mit diesen Magazinen erscheinen. Der Comic quasi ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Früher muss es so gewesen sein, dass quasi, also ganz ursprünglich, der Comic das eigentliche Gimmick gewesen ist. Und inzwischen ist das quasi verdreht. Er ist eigentlich, kann man fast sagen, Begleitwerk zur Wundertüte, in dem auch dieses Gimmick drin ist. Da ist so ein bisschen die Frage jetzt auch, Christ, bei dir zum Beispiel, der, glaube ich, auch viele, viele Kunden über die Conventions ansprechen kannst, der einfach mal eben mitnehmbare Comics, kleine, dünne Comics produziert, die für ein gutes, günstiges Geld zu bekommen sind. Wie kommt man dann jetzt an neue Kunden ran? Sind, wenn ich jetzt hier im Internet zum Beispiel, wie der Mühli das sagt, tolle Präsenzen habe, tolle Auftritte, komme ich da eh nur an Leute ran, die eh schon comic-affin sind, die sowieso schon ein gewisses Budget dafür in die Hand nehmen? Oder kann ich wirklich noch neue Leserschaft generieren? Natürlich kannst du eine neue Leserschaft generieren. Das kommt immer darauf an, wo du hingehst. Also die Comic-Cons sind zum Beispiel gute Anlaufstellen für uns, ich muss ja mal von mir aussprechen, für uns, für Plein Plein ist, sind die Comic-Cons wahre Goldgruben, weil eben da die Leute rumlaufen, die zwar comic-affin sind, aber noch nicht wirklich so mit dem Thema Comic berührt worden sind. Die kommen an den Stand, die sehen so, oh, okay, cool, nehmen ein Heft in die Hand und wenn ihnen das gefällt, kaufen sie das. Natürlich reicht das nicht, nur Conventions zu besuchen, weil das geht ja auch unglaublich ins Geld und es ist auch wichtig, um sich zu zeigen. Was auch sehr wichtig ist, dass man Online-Präsenz zeigt, also nicht nur Websites, sondern auch Social Media, dass man da mit der Zeit geht, dass man weiß, wie diese Plattformen funktionieren. Also Facebook ist generell tot, da treiben sich nur die Alten noch rum, also Instagram und das ist quasi das, was momentan groß ist und da erreichen wir auch unglaublich viele Leute. Also zum Beispiel jetzt hier die Trachtman-Instagram-Seite, die schießt von den Follower-Zahlen dermaßen in die Höhe. Bei Facebook muss ich tatsächlich dann auch noch bezahlte Werbung machen, wenn ich irgendetwas bewerben möchte, damit es die Leute überhaupt sehen. Also ich habe halt auch eine sehr hohe Follower-Zahl, aber das heißt nicht, wenn ich was poste, dass die Leute es automatisch sehen, da der Facebook-Algorithmus so dermaßen beschissen ist mittlerweile, dass dir das quasi verhindert, dass man etwas sieht oder halt nicht sieht. Und da müssen halt auch die Leute interagieren und das funktioniert halt auch nur übers Teilen. Also wenn Leute halt den Beitrag teilen, dann sehen das natürlich mehr Menschen und du musst halt dafür sorgen, dass der Beitrag, den du postest, teilwürdig ist. Also wenn die Leute sagen, hier, der Beitrag ist geil, das muss mein Vetter Freddy sehen, dann hast du es ja eigentlich schon quasi geschafft. Und der teilt es dann, und der teilt es dann, und dann hast du dann auf einmal irgendwie 5.000 Leute, die es dann tatsächlich gesehen haben. Obwohl du auch, also auch wenn jetzt nur, keine Ahnung, es sind nur 30 oder 50 Likes, aber es haben über 2.000 Leute gesehen. Und das ist eben wichtig. Und so generiert man halt dann auch Leute und das macht sich dann halt auch bei mir im Online-Shop bemerkbar. Weil wenn halt viele Leute das sehen, kaufen die Leute das auch. Und Conventions sind halt so ein nettes Begleitding und je nachdem, wo du halt bist, lohnt sich das halt dann auch. Das heißt also, ein Aspekt eben, um bekannter zu werden, können natürlich diese Plattformen nett sein. Allerdings sind die natürlich, muss man die A beherrschen, muss die Zeit und die Geld, die Manpower einfach in die Hand nehmen, um da die entsprechend dann auch zu nutzen. Wenn wir jetzt, wenn wir generell von deutschen Comics sprechen, dann haben wir natürlich schnell die großen Namen im Kopf, die bei großen Verlagen unterkommen, die tolle Graphic Novels machen, die jetzt zum Beispiel auch wieder mal zu Olivia zu kommen, jetzt auch die verfilmt worden ist zum Beispiel und die Tage in Kanada Weltpremiere von ihrem Film zur Endzeit eben auch feiert. Klar, das sind große Namen, die bekommen viel Aufmerksamkeit, aber das ist ja nicht die, also quantitativ gesehen ist das nur ein Ausschnitt der deutschen Szene. Wenn wir jetzt hier speziell zum Beispiel beim Comicpark mal über die Zeichnerallee laufen oder uns in anderen Veranstaltungen, sei es eben in München, sei es in Erlangen oder eben auch bei kleineren Veranstaltungen, die es ja inzwischen auch viele gibt in Deutschland. Wenn wir da mal über die Zeichneralleen laufen, dann sind die deutschsprachigen Künstler klassische Indies. Die haben also da ihren Stand, die haben ihre Illustrationen und die haben im besten Fall, und das ist auch schon nicht selbstverständlich, ein Heft dabei und können das eben verkaufen. Was für Möglichkeiten haben die? Wenn wir vielleicht mal zu dir kommen, Heiner, wenn du auch akquirierst und versuchst, Leute für München zu bekommen oder eben erstmal kennenzulernen vor allem ja auch. Wen sprichst du da gezielt an? Wem willst du dann aufgrund welcher Sachen überhaupt eine Plattform bieten? Naja, wir sind alle zwei Jahre unser Festival und da ist dann doch schon auffallend, dass manche Leute, die bei uns einen Stand gehabt haben und denen es auch gut gefallen hat, die auch gut verkauft haben, die sind in zwei Jahren, sind die vielleicht schon gar nicht mehr zugehörig zur Comicszene. Da machen die schon was ganz anderes. Da gibt es natürlich immer wieder neue Leute, die was machen und da versucht man natürlich auch die ranzukriegen. Kunsthochschulen sind eigentlich auch eine ganz gute Sache. Da haben wir manchmal Gruppen von Kunsthochschulen und da bleiben uns dann manchmal einzelne Künstler erhalten, die dann nächstes Mal selbst einen Stand haben. Also da gibt es schon viele Comic-Aktivitäten und das ist da mittlerweile ja auch akzeptiert, aber ob die Leute wirklich beim Comic bleiben, also da habe ich so meine Zweifel. Aber wer fällt dir auf? Wer ist es, der quasi, der dir wirklich auffällt, der dir im Kopf bleibt, wo du denkst, okay, der ist es wert, dass man von dem vielleicht noch ein zweites und drittes Heft kauft, aus deiner professionellen Sicht gesprochen. Wer fällt dir auf? Du, ganz wenig muss ich sagen. Das sind dann doch schon Leute, die dann schon bei Avant oder bei Reprodukt was vorgelegt haben. Also wir haben natürlich auch viel so Leute, die dann eher Basteleien betreiben, die dann auch noch Tierchen bauen oder Illustrationen versuchen zu verkaufen. Ob die wirklich Comic zeichnen, das ist die Frage. Aber wir sollten vielleicht auch noch über Levin Curio, sollten wir vielleicht auch noch reden, der ist auch noch später noch. Der Rainer hatte gestern da so ein Loblied draufgesungen und das mit Recht. Der ist ja einer der wenigen, die noch Comics machen in Deutschland. Der verlegt ja tatsächlich. Und zwar seit fast 20 Jahren, wenn man jetzt noch seine Schulzeit hinzufügt, ist es noch länger. Aber entscheidend ist, das Problem ist, dass die meisten Leute, die in der Comicszene anfangen, nicht dabei bleiben. Der lange Atem. Der lange Atem, der was damit zu tun hat, einmal mit der Resonanz auf die Werke, beziehungsweise, ich glaube, es liegt in erster Linie daran, wie gut die Werke bezahlt werden oder wie gut man damit Geld verdienen kann. Und da würde ich mal sagen, da ist Zero. Ja, ich meine, macht Herr Schulter, jetzt macht er wirklich noch Comics, wenn er nicht mal gerade Bock hat? Er sitzt jetzt noch an der letzten Fortsetzung von Haier von Lagos. Da hat er 20 von 50 Seiten. Wie lange hat er dafür gebraucht? Ja, also der ist tatsächlich, als er die erste Fortsetzung Haier von Lagos vor ein paar Jahren rausgebracht hat, da ist er nach Frankreich noch nach Angoulême eingeladen worden. Und die Resonanz war jetzt nicht so doll. Da haben wir jetzt auch nicht gesagt, gib Gas. Aber das ist ja was anderes. Am Ende des Tages, sage ich mal so, ein breites Publikum kann man mit Graphic Novels nicht wirklich erreichen. Aber es ist ja nicht Graphic Novel, das ist ja klassischer franco-belgischer Albummarkt. Nein, ist ja klar. Aber grundsätzlich, weil gerade wieder gesehen habe, dass bei Jokers haufenweise Graphic Novels gerade abgewickelt werden, die von Verlagen herausgebracht wurden, von denen ich teilweise noch nie was gehört hatte. Und die sich alle dadurch ausgezeichnet haben, dass sie hier und da mal schön gezeichnet waren oder so, aber komplett am, ich sage jetzt mal, am Markt vorbei produziert worden sind. Das klingt jetzt ein bisschen so, als geht Comicveröffentlichen Deutschland nur, wenn ich A, irgendwo schon einen Fuß in der Tür von einem Riesenverlag habe, der entsprechendes auftritt. Würde ich noch nicht mal sagen. Und auf jeden Fall vernetzt bin. Vernetzt gewiss, wer vernetzt kann, immer helfen. Aber ein großer Verlag garantiert ja gar nichts. Guck dir an. Aber er wäre Grundvoraussetzung, weil du meintest, dass diese Jokers-Verkäufe von Verlagen waren, von denen du teilweise noch nie gehört hattest. Ja, die jetzt als Comicverlag nicht aufgetreten sind und gedacht haben, jetzt Graphic Novels sind das große Ding, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen was abschöpfen können. Und haben sich wahrscheinlich auch traumwandlerisch die falschen Sachen ausgesucht. Es ist einfach schwer. Der Comic hat es schwer, sich in Zeiten von, also jetzt bei der Jugend, beim Lesernachwuchs, an den ganzen, an Games, Smartphones, Instagram, Twitch und wie der ganze Kram alles heißt, sich daran vorbeizuarbeiten. Also die Bereitschaft von Kindern oder Jugendlichen, im wahrsten Sinne des Wortes ein Heft in die Hand zu nehmen, ist sehr gering. Und ein großer Verlag ist auch nicht ein Garant dafür, dass ein Comic gut funktioniert. Also wir haben zum Beispiel in der Indie-Szene einen großen Comic-Hit gehabt, der dann zu einem großen Verlag wegen der Reichweite übernommen wurde. Und dann wurde dieser Comic einer von vielen im Buchhandel und im Comic-Handel und ist dann eigentlich total uninteressant geworden, zumindest für mich, weil eben ein grandioser Indie-Comic zu einem Mainstream-Produkt wurde, das zwischen den ganzen anderen US-Superhelden dann versauerte und eigentlich kein Schwein interessiert hat. Was ich noch bemerkenswert fand, du fragtest eben, wer hat es dann so geschafft? Also uns ist jetzt die Katja Klengel empfohlen worden, also von Barbara Jelin. Und es ist bemerkenswert von den Newcomern, wie viele Frauen dabei sind. Wir sind jetzt hier mit fünf Männern, aber in Wirklichkeit, wer da jetzt so rein strebt, der ist zu einem sehr, sehr großen Teil weiblich. Das haben wir der Manga-Szene zu verhangen. Ja, das ist richtig. Dass die geschafft, also sagen wir mal so, die Mangas haben geschafft, eher die Befindlichkeiten von Jugendlichen wiederzuspiegeln, als der Rest der, sagen wir jetzt mal, Testosteron-gesteuerten Superhelden, aber hat ja nie existiert. Hier hat ja nie eine Superhelden-Szene existiert oder sowas. Oder hier hat ja nie, ich sag jetzt mal, ein Mainstream-Comic existiert, der irgendwie die Leute gefangen hat. Mit den Mangas, die haben auch immer noch den Vorteil gehabt, dass es dazu Trickfilm-Serien gab, also Fernsehen. Die meisten Sachen, die in Deutschland erfolgreich sind, haben meistens auch eine Fernsehserie im Hintergrund oder Filme. Die Marvels sind jetzt nur erfolgreicher, weil es diese ganzen großen Verfilmungen gibt. Es gab ja auch schon mal Anfang der 90er so eine Phase, wo ein bisschen mehr Deutschland und Heftchen und so weiter. Das hat man aber auch den Batman-Filmen damals zu verdanken gehabt, dass Batman überhaupt wieder wahrgenommen wurde in Deutschland. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo der Batman-Film 1989 rauskam, hatte, glaube ich, Ehapa schon drei oder vier Jahre die Publikation von Superhelden eingestellt. Da gab es ja gar nichts. War nicht Hitke da aktuell? Das kann sein. Hitke hat versucht, aber die haben ja nicht stattgefunden. Die sind ja irgendwie, die hat die rausgebracht im falschen Format für zu viel Geld, nicht im Pressegrosso und die sind dann, die sind verpufft. Die von dir angesprochenen Verkaufszahlen jetzt durch die ganzen Superhelden-Filme, die sind aber laut Aussage des Pressesprechers von Panini-Verlag, der die deutschen Publikationen von Marvel macht, nur punktuell zu sehen. Das heißt also, wenn gerade neue Iron Man kommen, dann gehen gerade die Iron Man-Comics ganz gut, aber es ergeben sich daraus keine langfristig besseren Verkaufszahlen. Nein, langfristig ergibt sich gar nichts mehr. Also sagen wir mal so, dass es sie überhaupt noch gibt, haben wir den Filmen zu verdanken. Hätte es in den letzten zehn Jahren nicht diese Filme gegeben, wäre das Panini-Programm wahrscheinlich auf das absolute Minimum runtergeschrumpft, wenn nicht sogar zum großen Teil eingestellt, würde ich mal versagen. Du hattest jetzt die Katja Klängel angesprochen, die ganz aktuell mit ihrem Girlsplaining da, glaube ich, auch gute Erfahrungen sammelt. Die ist jetzt, soweit ich weiß, gerade im Urlaub und steht kurz für ihre Lesereise, die sie jetzt demnächst antritt, wo sie ganz ihr neues Werk vorstellt und inhaltlich geht es da um weitesten Themen, kann man sagen, Frauenthemen. Ich will das jetzt nicht weiter, ich habe das Buch noch nicht gelesen, es liegt noch daheim. Ach, du hast es schon. Ich habe das vom Verlag digital gekriegt vorab und da ist halt so, dass die Katja wahnsinnig viel Arbeit investiert hat in dieses, also ich hätte schon vor einem halben Jahr in Erlangen hätte ich schon zu einer Lesung von der gehen können für einen kleinen Journalistenkreis. Die hat schon immer Lesungen gemacht, auch in Zusammenarbeit mit der Comic Solidarity ist sie da eng verbunden, hat da auch moderiert, die ist halt voll drin in dieser jungen Indie-Szene und entsprechend offensichtlich dann auch Leuten aufgefallen, die jetzt zum Beispiel eben das Comic-Festival in München. Da muss ich allerdings auch zugeben, die Barbara Jelin hat uns auch drauf aufmerksam gemacht, da ist eine gewisse Solidarität ist dann auch da unter den Zeichnerinnen. Aber beim Manga fiel mir noch ein, das ist ja so gendermäßig völlig feinjustiert, da ist ja schon für ganz junge Menschen, interessierst du dich mehr für Frauen, für Männer, interessierst du dich als Frau vielleicht für Männer, die sich füreinander interessieren, also das ist so etwas, was wir sonst im Comic bei Hans-Rudi Wäscher oder bei Micky Maus, Fix und Foxy gar nicht hatten. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber gerade so dieses Manga-Ding, das wird ja immer angeführt, dieser Boom, also ich habe konkrete Aussagen von Comic-Verkäufern gehört, auch Leuten, die teilweise hier anwesend sind, dass ihr komplettes Geschäft nur noch läuft, weil sie Manga verkaufen. Also große Teile des Umsatzes im Laden, welchen durch den Verkauf von Manga erzielt, das klingt jetzt so ein bisschen wie, als würden, da erzähle ich mich ja dann auch dazu, ältere Herren, die Comics lieben, über dieses neue aufstrebende Ding sprechen, aber warum ergeben sich da keine Synergieeffekte, warum springt man da nicht mit auf, warum gibt es nicht plötzlich deutschsprachige Comics, die auch zum Beispiel dieses Boys Love Ding, was ja wohl sehr erfolgreich läuft, mit dematisieren. Aber soll ich die Leute keinen Bock drauf haben? Ja klar, gut, ich meine, weil ich als Kreativer zu dem Thema nichts zu sagen habe. Eben, ja. Willst du ja nicht prostitutieren, erhältlich, ne? Ja, man muss ja auch, ich meine, man darf die Manga-Leser nicht unterschätzen, die werden schon ganz genau erkennen, was echt ist und was versucht, sich an irgendetwas dran zu hängen, was ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ein Comic-Projekt der kürzlichen Zeit hat sich versucht, an einen Trend und an einen amerikanischen Genre dran zu hängen und ist geradenlos damit gescheitert, weil man dem Endprodukt ansieht, dass es nur gemacht wurde, um irgendwie auf der Welle mitzuschwimmen. Und das merkt der Leser. Ja, das merkt der Leser, wenn er verarscht wird. Ja, da fallen mir auch zwei lustige Beispiele ein. Das ist ja zum einen, ich würde sagen, die Egmont E. Harper-Graphic-Novel-Edition ist daran gescheitert, dass da ein bisschen viel Comics über Geschlechtsumwandlungen erschienen sind. Aha. Also zwei, zwei Dinger so nacheinander, habe ich auch gedacht, ob ich das jetzt noch lesen muss. Und das andere ist, Carlson hat sich tatsächlich entblödelt, Graphic-Novels für Frauen raus zu bringen. Und da hat es wohl tatsächlich da so eine Lesung gegeben, da kriegten alle einen Lippenstift und ein kleines Prosecco-Fläschchen und dann wurden diese Comics da vorgestellt. Ach so, Sex in the City. Ja, ja. Aus irgendwelchen Gründen hat das alles nicht so richtig geklappt. Aber im Kino funktioniert es, die Ladies' Nights laufen gut. Ja, ja. Ja, weil es Kino ist. Ja, und das sind ja Filme, die ohnehin schon ganz toll auf ein Zielpublikum abgestimmt sind. Das muss man da nur noch sagen. Ja, heutzutage im Kino ist ja kaum noch ein Film, der nicht vorher schon von irgendeiner Marketingabteilung Herz und Nieren geprüft und wahrscheinlich schon in der Mache schon im Hinterkopf hatten, die und die wollen wir erreichen und das wird dann noch verstärkt durch das Marketing und so weiter. Das ist ja auch so ein Problem, dass die deutschen Großverlage überhaupt keine Ahnung haben, wie sie mit deutschen Produkten, also deutschen Produktionen umgehen sollen. Ja, die kriegen das in ihr Programm, dann haben sie es in der Hand und wie so eine heiße Kartoffel von einer Hand in die andere und irgendwann lassen sie es fallen. Ja, also viele Projekte. Ich habe es von einem Kollegen erlebt, der in einem Projekt, ich weiß nicht, ob es jetzt Ehab mal Egmont war oder Carlsen, der hatte sich seinerzeit in den Vertrag mit reinschreiben lassen, der Verlag mag, möge bitte Werbung dafür machen, also Promotion dafür machen. Und es ist trotzdem nicht stattgefunden. Mit dem Ergebnis, wenn ich dir das Buch nennen würde, würdest du sagen, habe ich noch nie von gehört. Zwei Jungs aus dem Umfeld Frankfurt, die ganz aktuell eine erfolgreiche Reihe bei Carlsen veröffentlichen, haben eine ähnliche Aussage getätigt, die im Endeffekt sagt, wenn sie selbst keine Werbung machen würden, und das machen sie äußerst gut und äußerst erfolgreich, würde der Comedy nicht stattfinden aufmessen. Kann man schon sagen, weil einer von vielen ist in einem großen Programm. Insofern kann man das schon nachvollziehen. Man muss fairerweise sagen, die Verlage wie Carlsen, Panini oder Egmont haben nicht die Manpower, um auf jeder Comic-Con vertreten zu sein, auf jeder Veranstaltung und so weiter und so fort. Darf man halt auch immer nicht vergessen, es hat auch was mit Manpower zu tun. Ja, oder auch mit Prioritäten, also wenn du zum Beispiel hier, nehmen wir mal das Beispiel der Turtles, also es gab bei Panini die Turtles-Reihe, also die von IDW rausgebracht wurde und die wurde nach einer Zeit ja eingestellt und man möchte ja glauben, die Turtles sind ja eigentlich so bekannt, warum geht das nicht? Und das ist einfach, musst du einfach einen ganz einfachen Selbstversuch machen, du gehst auf die Panini-Seite und schaust mal, wie lange du brauchst, um auf dieses Produkt zu kommen. Und wenn du dann, keine Ahnung, tausend Jahre brauchst, um endlich mal das Produkt bestellen zu können, um dich mal den ganzen Superhelden durchzuschleichen, ja, dann wundert es mich nicht, dass es dann irgendwann einfach nicht verkauft wird. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch mit hier, mit Sarah Borinis Ponyhof-Geschichte passiert. Das wurde dann irgendwann später als Nicht-Erfolg eingestuft und dann... Aber das ist ja eine Zweitverwertung bei Ponyhof, das ist ja vorher... Ja, der erste Band, aber der zweite Band war ja dann schon tatsächlich wieder neues Material. Das war ein neues Material. Und ich sage dann halt einfach, die werden dann halt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt im Gegensatz zu den Superhelden. Beziehungsweise bei den Superhelden, die sind natürlich durch die Präsenz der Filme in gewisser Weise auch ein Selbstläufer. Da muss weniger Arbeit für getan werden. Aber für einen deutschen Comic, um den zu etablieren, muss richtig Arbeit gemacht werden. Das hast du, Chris, ja selber gesehen. Ich meine, du hast es ja auch bisher sehr erfolgreich über die Bühne bekommen. Aber ich kann nur sagen, bei Weißblech-Comics war ja auch immer das Problem, dass der Comic-Fachhandel immer gesagt hat, oh nee, deutsche Produktion, da lassen wir mal die Finger von. Was wir nicht kennen, essen wir nicht. Und letztendlich über die Jahre, die man natürlich dann Präsenz in Erlangen und auf anderen Veranstaltungen gezeigt hat und durch die Positionierung im Bahnhofsbuchhandel sind wir überhaupt jetzt so weit gekommen. Ja, also sagen wir mal so, wenn wir den Bahnhofsbuchhandel nicht hätten, hätten wir die Zeit, wo die Comic-Läden nicht viel bestellt haben, nicht überlebt. Wäre die Sache erledigt gewesen irgendwann. Ich laufe Botschaft. Du hast jetzt die Sarah Borini angesprochen und das ist gerne ein Thema, auf das ich jetzt überleiten möchte im Speziellen. Hat sie ja ganz aktuell auch den Max & Moritz-Preis bekommen für ihr Werk Das Lebanische keine Bonnyhof. Da waren eh zu viel drin auf der Medaille. Da vielleicht auch mal dich als Konsument, als Rezensent, der eben auch, wenn ich frage, wie man auf Comics aufmerksam wird, wir haben eine ganze Menge Comic-Preise in Deutschland inzwischen. Das ist in sich so, als wenn man mal ein bisschen guckt, ist es dann schon mehr als eine Handvoll. Größere, kleinere, mit verschiedenem natürlich Marketing und verschiedener Reichweite auch. Wie wichtig ist es für dich, dass so ein Comic sowas gewonnen hat? Oder bist du vielleicht auch jemand, der sagt, okay, jetzt hat der Reinhard Gleis zum dritten mal für eine autobiografische Graphic Novel was bekommen, das interessiert mich einfach nicht mehr. Wie wichtig sind für dich solche Preise als Endkunde? Ich sage mal so, ich stehe solchen Preisen grundsätzlich ein bisschen skeptisch gegenüber, weil meistens irgendeine Jury mit großen Fachkenntnissen dahinter steht. Also irgendwelche selber langjährig Comic-Schaffende oder Verleger oder sonst irgendwas sind ja oft in solchen Juries drin. Wenn solche Preise sind, dann achte ich eigentlich immer mehr darauf, wer kriegt den Publikumspreis. Der, wo der Leser wirklich entscheidet, was gefällt mir, anstatt wirklich auf die zu hören, die dahinterstehen, die sagen hier, ich habe da Millionen investiert, ich will, dass das Ding Erfolg wird oder wie auch immer, sondern wirklich diejenigen, die sagen hier, der Kunde, das hat mir gefallen, da hat mir die Geschichte gefallen, da haben mir die Zeichnungen gefallen. Der Verlag oder der Zeichner sind sympathisch, den habe ich getroffen und, und, und. Redest du da von Abstimmungsverfahren oder redest du da von Einzelpersonen, die dann als private, meinetwegen zum Beispiel den Blogger gefragt würden? Ganz aktuell ist, glaube ich, die Kollegin von Heldin in Strumpfhose ist bei dem Rudolf Dirkus, der Crew mit drin. Meinst du sowas oder meinst du Abstimmung? Weil wir haben jetzt zum Beispiel bei... In beiden Fällen. Abstimmung können manipuliert werden. Die mit der größten Community, die die größte Lautstärke erreichen, das sind die mit den meisten Stimmen und nicht zwangsläufig die Besten. Ja, oder auch nicht. Also wir vergeben in München ja den Peng-Preis und wir hatten am Anfang auch gedacht, wenn wir das über Comic-Guide und über Comic-Forum einfach ausschreiben und dann, dann wird das schon irgendwie gehen und da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Die haben dann teilweise noch eigene Titel versucht zu pushen, also das hat sich eigentlich nicht bewährt. Ich wundere mich, dass Erlangen da noch, doch noch auf diesen Zug wieder aufgesprungen ist. Wo wir jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht haben, wir haben einen recht qualifizierten Mitarbeiter unseres Comic-Ladens in München dabei. Der kann uns zumindest sagen, was über den Ladentisch geht, was man sich mal genauer angucken sollte. Also das... Es gibt da kein Patentrezept, was man da präbieren sollte. Das kommt aber auch mal auf den Comic-Laden drauf an. Es macht ja auch nichts, wenn wir da mit fünf Mann sitzen und sagen, das halten wir für bemerkenswert, dann ist das ein Statement. Ob das was bedeutet, ist eine andere Frage. Also ich würde mal sagen, es gibt eigentlich kaum noch Preise, die irgendeinen Wert im Marketing oder in der Kommunikation mit potenziellen Kunden haben, außer vielleicht noch dem Oscar. Na ja. Ja, Echo hat sich ja jetzt auch erledigt. Nein, aber das ist ein Buch vom Max- und Moritz-Preisträger. Stell ich mir vor, mein Comic-Händler, meinen alten Comic-Händler in Gießen, reicht mir dann irgendwie über. Das hat ein Max- und Moritz-Preis bekommen. Wie gesagt, schön. Wo ist das nächste Batman-Heft? Ja, also das ist... Ja, aber wenn ich in England einen Reinhard Kleist-Comic in die Hand nehme und da steht drauf, auf dem Münchner Comic-Fest, will er da einen Peg-Preis bekommen, da freue ich mich schon ein bisschen. Vielleicht freue ich mich da mehr drüber, als Reinhard sich freut. Aber ich sage jetzt nur, es geht nur darum, es ist nicht so, dass wenn da irgendein Preis draufsteht, dass das irgendwas am Kaufverhalten ändert. Ändert es auch nicht. Während bei Filmfans ja schon mal sagt, okay, ein Oscar gebe ich zu, gucke ich mir auch eher mal an, als dass ich jetzt irgendwie mir was anderes anschaue. Ja, und ich habe mir in San Diego mal die Eisner-Preisverleihung angeguckt. Da gibt es ja so viele Unterkategorien, bester Letterer und sonst was. Also das Ding geht da drei Stunden und da geben so 30, 40 Preise raus. Das braucht auch kein Mensch. Da gibt es auch eine Industrie. Ja, aber selbst das bedeutet nicht so schrecklich viel, den Eisner-Award. Das sind ja so eine Handvoll Kategorien, die dann wirklich auch einen Impact haben, den man auch jetzt hier wirklich wahrnimmt, auch in der Besprechung. Okay, also wir merken schon, das ist eine unterschiedliche Auffassung davon, was Preise für einen Endkunden auch bedeuten, weil diese vielleicht mal mehr, mal weniger eben auch Wirkung auf diesen Kunden haben. Also eine Hausnummer ist vielleicht noch, es gibt über 400, mittlerweile über 400 Literaturpreise in Deutschland. Also jeden Tag wird einer verliehen. Und wenn wir da zehn Comicpreise haben, dann sagt das ja auch eine ganze Menge aus, die eben über die Wertigkeit zwischen, in Anführungsstrichen, normaler Literatur und Comicliteratur. Also ich würde sagen, wie gesagt, kein Preis ist irgendein verwertbares Marketing-Tool in Deutschland. Ich meine, mit meiner Aussage wollte ich auch eigentlich mehr darauf hingehen, dass eventuell statt noch einem Verleger, der da mit reinmischt, vielleicht auch mal durch eine Auslosung ein paar Endkunden mit in so eine Jury reingenommen werden. Je nachdem, was wir an Qualifikationen da mitbringen. Also das ist völlig nachvollziehbar. Ich finde das persönlich sehr gut. Ich hatte zum Beispiel eine Diskussion geführt in Erlangen, ob wenn wir jetzt in so einer Jury beispielsweise den Kollegen Emo Bizarro von Bizarro World Comics, der wirklich, glaube ich, einer der bekanntesten deutschen Comicblogger ist, wenn der eine Besprechung hat, war meine Theorie, dass das für mich persönlich viel mehr bedeutet, als wenn da jetzt, da mag ich dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen, jetzt bei im Spiegel für Thor was drinsteht. Das ist aber nur in meiner Blase gesprochen. In reinen Verkaufszahlen, nämlich das, was man dann eben im eigentlichen Verkauf abst, ist der für Thor in so einer Zeitung nicht zu unterschätzen. Und ob der Asterix und der Lucky Luke, der jetzt besprechen wir noch nicht, der verkauft sich, aber wenn da eine Graphic Novel eben vom Reinhard Gleis plötzlich eine reine Rolle spielt, dann gehen da die Verkaufszahlen merklich hoch. Insofern ist das schon so ein Ding. Ich würde gerne nochmal, wir haben jetzt ungefähr zehn Minuten vor uns, die wir darunter halten können, nochmal ein bisschen auf die inhaltliche Ebene. Deutsche Comics, was ist das so inhaltlich? Und was mir auch auffällt, ist, wenn man eben mit den jungen deutschsprachigen Kollegen spricht, die sich in den Zeichneralleen verstecken und ich teile das so ungern, aber ich möchte es mal so machen und eben sowohl Comics als auch Manga produzieren, ist die Sprache. Die meisten davon produzieren auf Deutsch, aber es gibt durchaus eine erwähnenswerte Anzahl an Leuten, die auch vermehrt englischsprachige Werke schaffen, weil sie eben gleich auf einen internationalen Markt fokussiert sind. Die haben auch gar nicht mal so den Blick auf jetzt gedruckte Werke. Der ist denen nicht unbedingt so mega wichtig. In vielen Fällen ist es für die interessanter, online vertreten zu sein, auf eben, ich kenne da gar nicht so viele Seiten, aber zum Beispiel eben auf Taptastic, in der Tapas App, in der Animex ist glaube ich in Deutschland ein Riesending und so. Also da vertreten zu sein, da eine Kundschaft anzusprechen, weil es da doch verhältnismäßig viele Leute gibt, gerade international, die sich eben aufs Web fokussieren. Was denkt ihr, steht man sich da selber im Weg, wenn man heutzutage noch in deutscher Sprache veröffentlicht? Chris, ihr habt ja zum Beispiel, glaube ich, auch eine englischsprachige Ausgabe von Trachtman gemacht, zumindest eine bayerische, da bin ich mir sehr sicher. Also doch Fremdsprache. Ja, wie wichtig ist das, sich da auch sprachlich da neu zu orientieren? Ja, also bei Trachtman ist es natürlich wichtig, dass es auch auf Bayerisch kommt. Also ich wollte tatsächlich mit der normalen Version komplett Deutschland halt auch erreichen in dem Sinne. Also ich möchte, dass wenn einer in Hamburg sich dafür interessiert, dass er das kaufen und lesen kann. Natürlich muss ich dann auch auf die lokalen Faktor gehen und natürlich auch auf Mundart gehen, weil sonst ist ja so ein Zweck ja irgendwie überhaupt nicht da. Und ich mache halt auch von anderen Comics von unserem Verlag, also hier Shark, Pharma, Changer und so weiter, mache ich ja auch englischsprachige Ausgaben, weil es einfach auch meistens nicht in Deutschland spielt und einfach sehr international geeignet ist. Und das funktioniert halt auch. Also gerade auf Conventions laufen viele rum, die aus dem Ausland kommen oder im Urlaub sind und dann sagen, ja, das bringe ich. Oder sie bringen uns halt als Goodie mit für ihre Verwandten im Ausland. Und ich habe auch besonders jetzt hier, ich muss halt immer Trachtmann erwähnen, viele Kunden, die halt auch aus dem Ausland sind, hier Irland, Norwegen, besonders in den USA, die ja total draufstehen. Oder China. Ich versende ja weltweit und mittlerweile ist es ja auch mit der Post ja gar kein Problem mehr. Und die sind halt auch alle Fans und deswegen versuche ich das halt mit der Sprache so breit wie möglich zu fächern. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, weil ich halt auch Übersetzer bezahlen muss und neue Cover vielleicht umkolorieren muss oder so, damit ich das halt auch selber dann am Stand unterscheiden kann. Also zum Beispiel die bayerische Version und die reguläre Version von Trachtmann haben zwei verschiedene Cover, damit ich das dann halt auch von der Optik her unterscheiden kann. Und vor allen Dingen, weil ich auch auf Variant-Cover stehe, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, mir war es eigentlich wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel hier auf Mundart und auf die normaldeutsche Version wertlege. Also halt um beide Zielgruppen zu erreichen. Rainer, könntest du dir den Käpt'n Berlin auch auf Englisch vorstellen? Ich bin seit langem ein Vertreter der Meinung, dass wir dringend eine englische Ausgabe machen sollten, weil uns der Comicladen, die Comicläden in Berlin also auch schon angefläht haben, das zu tun, weil natürlich unheimlich viele Touristen kommen und die das natürlich gerne auf Englisch mitnehmen würden. Bisher konnte ich es noch nicht irgendwie durchsetzen, aber arbeiten dran. Da finde ich noch ganz interessant, wie heißt der Zeichner von Wormland Saga? Aber das ist ja ein Comic, den gibt es online und da kann es ja einfach umschalten, Sprechblasen. Da werden sie einfach Englisch befüllt, Französisch, wie man will. Und der Typ, seine Comics sind bei Tokio Pop veröffentlicht worden, der hat sich bei der Buchproduktion gänzlich rausgehalten. Er hat gesagt, das ist ihm gar nicht so wichtig, ihr habt ja die Lizenz, macht was draus. Mir ist es wichtiger, den Comic weiterhin im Internet zu vertreiben. Das finde ich auch interessant und so gibt es vielleicht einige wenige Leute, die es schon gar nicht mehr so am gedruckten Produkt festhalten. Jeder sitzt da seine Priorität. Ja, genau, aber das finde ich bemerkenswert. Nun hat er natürlich auch, da hat man sich ja irgendwie in die Tiefe bewegen können und so weiter. Das ist natürlich etwas, was er in der Printausgabe nicht machen kann. Du machst ein Centerfold und wie das nach zwei, drei Jahren aussieht in der Benutzung, weiß man ja. Also ich vermute mal, dass es ihm da mehr um die technischen Möglichkeiten geht. Und weniger jetzt um ... Er hat sich auch Animationen und so einen Winkel in sich hineinbauen, dass online viel mehr Sinn macht. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema, das wir tatsächlich noch ganz kurz zum Schluss mal anschneiden können, nämlich die Frage, wie man Comics, vor allem wie Deutsche klassischerweise ihre Comics quasi an den Mann bringen. Je nachdem, wie man sich unterhält, kriegt man da verschiedene Aussagen. Aktuell haben wir zum Beispiel, ich glaube, es steht im Comicjahrbuch drin, eine Auskunft, also da steht was drin von einem Trend zum Heft, den ich gelesen habe. Finde ich persönlich ganz cool, kann ich nachvollziehen, weil du für wenig Geld schnell mal eben einen Comic mitnehmen kannst, den du auch mal eben fix so wegblättern kannst. Finde ich persönlich ganz cool. Wenn du dich mit der deutschsprachigen Indie-Comic-Szene unterhältst, die sind ja alle im Web, komplett. Erst einmal grundsätzlich, da wird verkauft, da wird auch Geld gemacht und dann kannst du so ein bisschen als Merchandise die gedruckte Version noch mitnehmen. Ich glaube, beim Manga-Bereich stecke ich nicht so drin, ob der vielleicht eher so, auf welchen Bereich der sich so fokussiert. Dann müsste man hier den David Felicki fragen. Den müssen wir fragen, den nämlich gerade noch quasi reingestoßen ist in den Raum, aber da müssen wir, glaube ich, im Anschluss noch mal eine Fragerunde mit anschließen, weil das wird jetzt zeitlich ein bisschen schwierig. Das ist ganz interessant, vielleicht auch mal an sich gesprochen als Endkunden. Was ist für dich interessant, wie kaufst du Comics? Am liebsten muss der dicke, schwere Schinken sein. Ich sage nicht nur, kann ja auch im Extremfall so die dicke Absolut-Edition sein, Kilo wiegt. Was ist für dich, um als deutscher Künstler an dich ranzukommen, was ist für dich am besten geeignet? Für mich ist es grundsätzlich wichtig, mich muss das Thema ansprechen. Dann ist es mir im ersten Moment egal, ist es ein Heft oder ist es ein dickeres Buch. Sehr gutes Beispiel wäre ja da im Moment Ralf Sings Zinnober. Also da hat mich das Thema schon so angesprochen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, auch gleich das Hardcover zu kaufen. Bei anderen Sachen, wo ich eher skeptisch bin, bin ich dann eher für das Heft, weil da kann ich reingucken und wenn es mir nicht gefallen hat, tun mir 5 Euro nicht so weh wie 30 Euro. Bin ich ganz ehrlich. Von daher, solange mich das Thema anfixt und wirklich fesselt, dann nehme ich auch gerne mal ein bisschen mehr Geld in der Hand, wenn das Endprodukt wirklich gut aussieht. Also da kann es auch mal eine Special Edition sein oder ein paar Extras, Prints dazu, wie auch immer. Aber es hängt wirklich am Thema. Und da muss ich natürlich sagen, ist es wichtig, dass ich mich vorher umfassend darüber informieren kann. Gibt es ein paar Seiten, wo ich reingucken kann? Wie ist der Zeichner? Wie sind Autoren und so weiter? Wie geben die sich? Da ist natürlich Social Media ganz wichtig. Und das ist ja was, was Ralf Sings von Anfang an gemacht hat. Der ist ja mit seinem Projekt wirklich vom ersten Moment an ins Web gegangen, hat gesagt, hier, ich lasse alle an der Produktion teilhaben. Ach, der Livestreams und so weiter. Genau, also es ist wirklich auch die Nähe. Ich sehe, wie das Produkt entsteht und habe in dem Moment eine ganz andere Bindung, als wenn es heißt hier, nächste Woche erscheint das und das, guckt mal da rein, das ist gut. Ja, was ist das? Also ist natürlich eine ganz andere Auffassung dann in dem Moment. Ich würde auch mal grundsätzlich sagen, der Comic steht auch noch mal vor einem ganz anderen Problem. Wenn man sich mal anschaut, was man heutzutage an, ich sage jetzt mal Unterhaltung, für welches Geld bekommt. Wir streamen unsere Musik, ja, zum größten Teil über Spotify und solche Plattformen, ja. Wer geht denn noch zu Saturn oder zu Mediamarkt und kauft eine CD? Die Abteilungen werden immer kleiner. Dasselbe ist mit Filmen. Für 10,99 kriege ich jeden Monat Netflix. Da ist mehr drin, als ich jemals gucken kann, ja. Ich gehe doch nicht mehr, ich kaufe mir doch keine Scheiben mehr großartig. Außer wirklich von solchen abgefahrenen Filmen, die man im Streaming nie finden wird. Ja, oder der Trend geht ja auch mehr in so eine Sammler-Schiene. Also bei Musik würde ich sagen, geht es mehr in die Richtung Schallplatte. Heutzutage und jetzt bei... Minderheitenprogramme. Ich rede jetzt, Comic als Massenmedium findet nicht mehr statt. Comic als Massenmedium ist passé. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Letztendlich, denn wenn du dir überlegst, du bezahlst, sage ich mal, für einen durchschnittlichen Panini-Bahn 20 Euro. Zwischen zwölf und zwanzig. Das ist schon mal zwei Monate Netflix. Das ist ein Argument. Also es ist halt einfach, um jetzt ein Massenpublik zu erreichen, ist der Comic zu teuer. Es gibt aber durchaus sehr viele kostengünstige Optionen. Kostengünstige Optionen, aber... Vergiss auch nicht die Buchpreisbindung in Deutschland. Ist ja alles schön und gut, aber... Nun guck dir das an. Sagen wir mal ein Captain-Berlin-Heft. Wenn du es... Oder ein Horrorschocker hast du in 20 Minuten durchgelesen. Wenn du gut... Also wenn du geübter Leser bist. Ja? Und dafür hast du jetzt 5 Euro ausgegeben. Kannst du dir ausrechnen, dass die meisten Leute sagen, warum soll ich mir ein Heftchen? Ich gebe mein Geld für andere Sachen an. Gut, das ist auch eine Einstellungssache für 10. Das sind jetzt halt die 5 Euro gut investierte Entertainment. Alles klar, aber es ist halt, worum es mir geht, ist Massenmedium. Das ist... Das findet nicht mehr statt. Wie du schon sagst, es ist ein Sammlermarkt, also von dem alle durchaus partizipieren, indem sie halt Variant-Covers machen oder Nachdrucke und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen, die Zeiten, wo wirklich, ich sage jetzt mal, die Simpsons als Beispiel irgendwie 200.000 Exemplare verkaufen, die sind einfach vorbei. Man muss aber auch so sehen, dass der Trend heutzutage bei den Leuten ist, sei es jetzt im TVD-Bereich oder halt allgemein, der Trend geht ja mittlerweile dazu, dass die Leute wieder mehr Geld ausgeben. Das habe ich letztens im Bericht im TV gesehen, dass es den Menschen gerade jetzt in den heutigen Zeiten sehr gut geht und die Leute auch gerne Geld ausgeben. Und ich spüre das jetzt auch in unserem Verlagsprogramm, dass die Leute halt gern und viel kaufen. Also die bestellen... Seid es mal, ein Kunde bestellt ein Heft und zwei Tage später, nachdem ich das Heft geliefert habe, kommt noch eine Bestellung rein und bestellt sechs Hefte. Dahin sehe ich jetzt mal, kann der Trend hingehen, je nachdem, wie du dich selbst vermarktest und wie dein Produkt ist. Also ich denke mal, wenn deine Idee oder dein Produkt gut ist, dann musst du dich schon so sehr dumm anstellen, dass das halt nicht funktioniert. Aber der Haken an der ganzen Sache ist ja, um so ein Produkt selber herzustellen, musst du ja erst mal richtig Zeit und Arbeit investieren. Ja, oder die richtige Idee haben. Ja, aber du weißt selber, du hast jetzt innerhalb von einem Jahr drei Ausgaben von deinen Trachtman gemacht und ich glaube, und die vier ist schon in der Pipeline, viel Freizeit hast du nicht gehabt. Ja gut, weil ich immer halt alles selber mache. Naja, aber man muss ja erst mal, wenn man was verkaufen will, muss man es ja erst mal produzieren. Gut, man muss aber auch gucken, wen will ich erreichen? Also klar, Massenmarktcomic ist so eine Sache. Das ist ein großes Problem, was deutsche Verlage haben. Die wissen nämlich nicht, wen sie ansprechen. Die Frage ist halt aber auch. Guck mal mal, ein Manga-Bereich, der steht nun mal, also der ist ja wirklich. Ja. Und warum? Die wissen, was sie tun. Die sprechen hauptsächlich Jugendliche an in der Selbstfindungsphase, deswegen funktioniert ja auch dieses Boys Love und alles relativ gut. Und wenn ich dann andere Sachen sehe, wie sie bei anderen Verlagen erscheinen, da ist halt die Zielgruppe ist jemand anderes. Das ist dann halt der Comic-Laser ab 30 aufwärts zum Beispiel. Und der selektiert natürlich ganz stark nach Interessen und auch nach Qualität. Deswegen, also bei den Jungen ist durchaus Massentauglichkeit möglich. Sie selbstens haben jahrelang funktioniert. Gut, jetzt hat der US-Verlag die Sache auch eingestellt. Er hat davon mal abgesehen. Wenn die in Europa nicht verkauft hätten, hätten sie das schon viel früher gemacht. Das wäre schon eher schlussend. Und der Ältere, der guckt halt, das Thema spricht mich an. Da ist es eine gute Aufmachung. Dann sind es auch Variantcover, die gefallen können. Auch teilweise die Künstler, die mit dran beteiligt sind. Also manchmal, ich bin auch so ein Typ, ich kaufe manchmal nur ein Heft, weil da ein Autor oder Zeichner dran beteiligt ist, der mir gefallen hat in der Vergangenheit. Also bin ich auch ganz ehrlich. Da kann ich dann zwar, wie man so schön sagt, auch mal in die Scheiße greifen. Und das Produkt ist schlecht. Der Name ist dann in dem Moment nicht mehr so viel wert. Aber man muss halt wirklich gucken, was will ich erreichen? Und welche Auflagenzahlen will ich erreichen? Gerade DaniBooks zeigt ja, dass man auch mit wenig Auflage durchaus was schaffen kann. Wo andere Verlagen schon wieder sagen, hier eine Tausenderauflage ist mir einfach zu wenig. Ist ab einer gewissen Größe eines Unternehmens einfach eine wirtschaftliche Frage. Aber ein schönes Positivbeispiel jetzt zum Ende unserer Runde. DaniBooks, also viele Grüße da an Janno, der wirklich, die mir viel zu verdanken haben, der viele tolle Reihen auch quasi gerettet hat und aktuell ganz viele tolle Sachen auch im Programm hat. Er ist heute auch hier vor Ort und mit Ted Neifeh wird er, glaube ich, ausgesprochen. Auch natürlich wieder an den Startzeichner am Start hat. Also wirklich ganz viel Arbeit und da investiert. Also Positivbeispiel, der deutsche Comic, das war das große Thema der heutigen Besprechung. Da wollte ich eigentlich noch was dazu sagen, weil der Rainer hier von Massenmarkt gesprochen hat und da vielmehr jetzt auch besonders für den deutschen Markt ist. Die meisten wollen das ja gar nicht für die große Masse produzieren, sondern meistens halt, wie bei mir auch, wir produzieren es ja eigentlich für uns selbst. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie sehr jetzt das Thema Massenmarkt in Deutschland eigentlich jetzt überhaupt… Produzierst du dich selbst, du würdest das Geld, was da reinkommt, ich kenne keine Zahlen, ich gebe nichts an, aber du bist selbstständiger. Klar, also im Grunde genommen mache ich alles, was ich zeichne und was ich produziere und was ich verkaufe, mache ich im Grunde genommen Selbstverwirklichung. Also wenn ich das machen würde, was andere geil finden würde, dann würde ich jetzt Mangas machen. Ich wollte gerade sagen, dann würde er autobiografische Manga. Eben, ja, also im Grunde genommen, ich mache wirklich, also das macht ja hier der Levin von Weißblech ja auch, wir machen ja das, was wir geil finden und in dem, also Heftchen machen ist eigentlich das Schlimmste, was du im deutschen Markt machen kannst und das ist aber das, was ich geil finde und deswegen mache ich das. Und wenn die Leute dann das auch cool finden, also wenn die halt meine Vorliebe teilen, dann ist es eine Win-Win-Situation und das merken die Leute dann halt auch. Das heißt aber bei vielen kleinen Verlagen, die sagen, ich mache das, was ich selber gerne kaufen würde. Ja, NextArt ist zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel. Genau, nur so bist du glaubwürdig. Und so ist auch dein Produkt einigermaßen. Eben, deswegen sind ja auch NextArt und so weiter, Thomas Leopold etc. erfolgreich, weil sie eben das machen, was sie selber wirklich gerne kaufen würden. Ja, die Kickstarter-Kampagnen von NextArt funktionieren ja auch alle wie geschmiert. Und das sind ja auch nicht nur kleine Summen, sondern echt große Ziele, die sie ja immer erreichen. Deswegen ja, also weil sie auch wirklich natürlich sind, weil man wirklich merkt, die stehen hinter dem Produkt, was sie machen. Die orientieren sich nicht an irgendwelchen Verkaufszahlen oder Interessengebieten oder Marktforschungskampagnen, die machen wirklich, worauf sie Lust haben. Prima, das ist schön für die Kunst und vor allem auch für den Endkunden, der da entsprechende Auswahl hat. Das ist fantastisch. Der deutsche Comic steht vor großen Herausforderungen, muss gucken, wie er im besten Fall eben auch vielleicht lernt aus den Erfolgen, die der Manga einfährt, der mal Ups und Downs hat. Und vor allem habe ich persönlich die Hoffnung, dass ich auch in vielen Jahren noch eine vergleichbar große, wenn nicht gar größere Auswahl bei Conventions, bei Veranstaltungen oder eben auch im Online-Shop meines Vertrauens oder eben auch im Comic-Laden meines Vertrauens finde. Meine Herren, es war mir eine wahre Freude, euch hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich vielmals bei Heiner Lünstedt dafür, dass du heute dabei gewesen bist. Auch vielen Dank für die schöne Runde. Vielen Dank auch an Mühli, dass du heute mit deiner Expertise auch als Endkunde ja auch ein Stück weit zur Seite standest. Vielen Dank an Chris, dass du heute hier gewesen bist und hast ein bisschen aus deiner Perspektive gesprochen. Und natürlich eben auch an Rainer. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und da auch nochmal einen ganz anderen Blick mitgebracht hast. An euch da draußen, die ihr das dann hier eben nachträglich alles noch hören könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig Feedback hinterlasst. Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr könnt das Ganze eben auf Facebook, Twitter, Instagram kommentieren. Ihr könnt fleißig was in den Blog schreiben, den es gibt. Ihr könnt natürlich eben auch eine lustige Bewertung bei iTunes hinterlassen oder bei Podcast.de. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Es war richtig toll mit euch und ich wünsche euch vor allem noch viel Spaß hier in den restlichen Stunden am heutigen Sonntag. Bis dann. Ciao. Servus.